Das Rätsel war's cool. Es war auch gut, meiner Meinung nach, dass kein Hinweis gegeben war, jetzt im Nachhinein betrachtet. Hier oben steht Checkpoint. Nur was heißt das? Ach, hier sind zwei Betten. Und eine Truhe mit Slime-Bellen. Ich nehme mal da die Haufe der Rouse. Wir können uns erstmal hinlegen. Was ist das hier? Wenn das Eis schmilzt oder das Baulen aus anderen... Ich habe eben Nacht gemacht. ...das Baulen nicht geht, drückt den Hebel. Was ich schön finde, er hat zumindest daran gedacht, dass wenn wir uns wirklich zu blöd anstellen, dass man da irgendwie resetten kann. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht bei diesem Büchereiraum eben, wenn man den Checkpoint nicht erreicht hätte. Da könnte er ja mal in den Kommentaren schreiben, was man hätte tun müssen. Da oben ist ein Loch. Was man hätte tun müssen... Wir müssen... Wenn man das nicht geschafft hat. Wir müssen mal bowlen. Ja, wir müssen bowlen, ich weiß. Müssen wir alle bowlen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, shit, 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 shit! Hier ist gerade ein Eisding geschmolzen, wegen dem Licht, was angesammelt ist. Ja, das hätte ihm aber klar sein müssen. Oh, shit. Also schnell, 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 schnell. Irgendwie... Ähm, ja, ein... Den ganz rechts... Ja, weil der sich deckt mit dem anderen Slimeball. Das darf nicht sein. So lange kann man... Ja, ey, komm, er hat hier einen Hebel gemacht. So lange kann man nicht warten, weil dann die anderen alle verschwinden würden. Ähm, von daher... Was ist jetzt dadurch passiert? Hier oben ist, glaube ich, eine Stufe rausgekommen. Ne. Ernsthaft? Ich drücke den Hebel nochmal zurück. Naja, ist nichts passiert. Ich höre... Ich höre gar nichts. Ah, ha, ha. Ha, 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 ha. Also wir sind auch bei... Bei einem ist übrigens... Äh, kommen wir gar nicht mehr dran. Ich hau jetzt hier einen Stein auf. Ich hab nämlich nichts gehört, was ich kennengelernt. Dann legen wir da mal manuell das Ding drauf. Und hinten links auch, bitte. Wow. Ja, jetzt sind sie weg. Der Hebel... Hat nicht... Ah, hier geht's hin. Ja. Na doch. Ah, ey. Also bis jetzt ist sie halt cool, bis auf, ich glaub, diesen Büchereiraum, nenne ich ihn. Verdammt. Ja, aber auch das Labyrinth. Da war bis zum Checkpoint nicht klar, wo's lang geht. Beim Labyrinth war auch nicht klar, inwiefern das jetzt... Ähm, also... No. Oh, ich höre eine Federmaus. Also es war irgendwie... Es war schon... Man muss da irgendwie rätseln und ausprobieren. Aber, ähm... Oh. Es war halt nur ein Ausprobieren. Ohne... Ich leg mal die vier Slime-Bälle, die ich noch hab, zurück. Ja. Ich hab... Ich hab jetzt noch drei mit. Und ein Rätsel ist für mich was, wo zumindest irgendwie immer ein... Ja, wirklich ein Rätsel als Vordergrund steht, dass man das irgendwie löst. Und nicht einfach nur Knöpfe drückt. Nein! Willkürlich, bis man irgendwas herausgefunden hat. Oh, verdammt, ey. Bei der Leiter oben ist so ein Querbalken. Da bin ich gegengesprungen. Bei mir nimmt er wieder das Springen nicht richtig an. Oder er erkennt zu spät, was ich drücke. Und jetzt war ich zu blöd. Lulululul. Hey, wie soll das denn gehen? Man... Man kriegt hier... Ja, okay. Also Platz müsste aber eigentlich sein. Wahrscheinlich waren alle... Ich weiß jetzt nicht, inwiefern... Ähm... Leute das getestet haben. Ich springe hier immer gegen die Leiter seitlich. Ähm... Ich hoffe, er hat es Leuten geschickt, falls er es überhaupt an anderen Leuten hat testen lassen. Ich hoffe, er hat es an Leuten testen lassen, die rein gar nichts vorher von der Map gesehen haben. Ähm... Oder gar mitgewirkt haben, weil dann ist es immer ein bisschen komisch, weil man dann selbst schlecht einschätzen kann, wo wirklich noch Fehler sind oder wo irgendwas zu schwer ist. Da warst du jetzt auch nur am Meckern. Merkt ihr alle, ne? Merkt ihr alle. Ja, es... Wir sollen ja Feedback geben, hat er ja selber gesagt. So, du musst bei der Leiter, musst du ganz am Rand, dass du schon beim Springen... Wenn du nur gerade ausspringst beim Springen, ähm... Schon gegen den Klotz da haust. Was war das nochmal? Ducken, ähm... Bei Leitern, dann bleibt man stehen, ne? Ja. Dafür war ich ja bei der Adventure Map von... Äh, ich weiß gar nicht von wem. Das war die erste oder die zweite... Ne, die erste, die wir gezockt haben, ne? Da war ich ja zu blöd für. Vorsichtig. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Okay, ich bin... Irgendwie durch. Äh, ich komme nicht weiter. Also, du musst hier auf jeden Fall hoch. Hier ist nicht einfach nur ein Schalter, sondern, äh... Das... Oh, schon wieder Eis. Mit Lampen drüber? Ja, das ist einfach wieder so ein Hilfparcours, wo die Dinger aus Eis bestehen. Ah... Ich springe mal gegen die blöde Leiter. Dü, 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 dü. Wenn mir der Spring zu lange dauert, dann hüpfe ich da mal eben kurz im Game-Mode hoch. Weil, das... Wir haben's ja gesehen, dass es machbar ist. Okay, ich setz mich hier erstmal ein. Das geht nicht. Ich hab' mich jetzt oben hier auf die Leiter drauf gesetzt. Ja, jo. So, dass ich eigentlich nur den Einsprung übersprungen hab. Wie geht das bitte? Wie muss man an die andere Leiter ran? Einfach gerade ausdrücken? Äh, ich hab... Bin da noch gesprungen extra. Ah, okay. Hab's geschafft. Und nun das schwierige Eis. Also irgendwie... Man muss immer irgendwie rennen beim Eis, sonst kommt man nicht vom Fleck. Auch wenn's nur ein einer breiter Abgrund ist. Vorsichtig. Ha! Hi! Hu! Hu! Ha! Was? Ich hab dafür vier oder fünfmal gebraucht, bis es nicht da war, wo du warst. Mit Eis kenne ich nicht aus. Ah! Verdammt, jetzt war ich zu schnell. Blöde Treppe. Ja, ich bin zu kurz gesprungen. Okay, jetzt aber. Jetzt darf's. Jetzt schneller. Jetzt weiß ich, wie ich mit Eis ungefähr umzugehen hab. Ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Okay. Nein. Jetzt hat er nicht geraten. Man hat genug Sprunghöhe. Hat aber nur einen halben Anlauf. Ah, ich hab's geschafft. Hier ist kein Schalter, der dich irgendwie rettet. Das heißt, du musst. Komm. Okay. So. Hardcore Jump'n'Run Checkpoint. Verdammt, ich... Ich war oben und bin wieder zurückgegangen. Also runtergefallen. Ich drück mal hier kurz den Checkpoint-Hebel, ne? What happened? Internet. Hä? Wo geht denn der Checkpoint hin? Ist das überhaupt ein Checkpoint? Ich war... Ich warte erst mal oben. Wir gehen gleich mal gemeinsam in den Checkpoint, aber da gibt's noch Ermunterungen für uns. Los, Gora. Was machst du denn da? Nein. Ja, jetzt schaffst du es garantiert nicht mehr. Oh, das Jahr wieder hin. Gibt's da nicht. Fertig. Du machst Sachen und vor allem, man sieht immer bei mir im Chat, wann du dein Game-Mode änderst. So. Ich hab den Checkpoint-Hebel gedrückt, dann ging das hier rechts auf. Aber hier vorne, also hier ist Hardcore Jump'n'Run, das lass ich mal erst mal aus. Hier sind Kisten für uns. Oh, ein Keks. Was? Du hast nichts drin? Ich hatte einen Keks. Ich hab gar nichts. Oh. Wieso? Also, jetzt ist die Frage, was macht der Checkpoint? Geht der jetzt ganz weit zurück zum ersten Bett, oder was? Das wär natürlich ein Traum, aber... Da guck! Ja, okay. Ja, okay, wir haben ja hier Checkpoint gesetzt. Das letzte Mal. Ah, okay. Ah, 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 ah. Gut. Also, mir gefallen irgendwie so die Sandsteintempel, weil man da irgendwie so ägyptische... ägyptische Tempel-Settings machen kann. Und wir müssen also das Hardcore Jump'n'Run machen. Das ist blöd. Ja, klar. Balsam für die Füße. Do you remember? Oh, 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 oh. Rechts, 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 rechts. Guck mal. Jaja, ich hab's gesehen. Do you remember? Hab ich ja vorgelegt. Ähm. Aber wir müssen nur an eine Stelle. Ja, an den linken. Okay, ich mach das mal. Leute, für die Leute, die Antiserum gespielt haben und an der Stelle nicht weitergekommen sind. hier mal ein kleines Einmaleins und ihr... Wir werden noch nichts... Achso, Moment, der Hebel. Ja, alles klar. Okay, also jetzt. Nepp. Nepp. Peter, das war zu langsam. Warte, ich drück oben, du drückst unten. Okay, hast du schon. Der muss nach links. Warte. Und Hebel. Wuh! Ja, natürlich, natürlich. 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 Ich drück oben, du drück oben, du drück oben. Ich drück oben, du drück oben, du drück oben. Musik 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 ok ich war nicht ich sage mal jetzt nur noch die leute da kommt eine ganze treppe dann haue ich dich kaputt hier in game der wollte nicht drücken die ganze zeit ist jetzt egal 8 und 13 minuten haben sie jetzt gebraucht um hier hochzukommen vom checkpoint aus ist nur noch ein kopf zum öffnen weiß ich mal durch